Hey und willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online, heute alleine und mit einem tollen Autoradden. Man hat gerade irgendwie voll abgefeiert. Ich weiß nicht, was der da gerade gehört hat, aber es scheint ziemlich toll zu sein. Natürlich, wieder hinbekommen. Wir fahren nur gegen zwei weitere mit einem getunten Wagen. Das ist alles möglich. Geil! Mann, hast du ja gar nicht genervt. Fährt der andere woanders lang oder was war das gerade? Das war ja ziemlich merkwürdig aus bei dem. Okay, okay, okay. Boah, was war das für eine Kurve? Und der andere hat es auch leider geschafft. Der könnte noch zum Problem werden. Könnte noch zum Problem werden. Noch ist er nicht vor mir, aber das sieht schon ziemlich gut aus für ihn. Ja, wenn ich keine Scheiße baue. Und auch kein Windsch... Okay, schon zu spät. Ich brauche gar nicht mehr weiter argumentieren. Tschüss! Hartzmyth ist auf dem ersten Platz. Aber ich habe die Chance auf Windschatten. Ja, 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 Windschatten, 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 Windschatten. Nein! Geil! Aber er ist auch dagegen geklatscht. Okay, alles kein Problem. Alles kein Problem. Windschatten ein bisschen, jedenfalls. Jetzt kann ich hier in die Kurve gehen und... Ah ja, habe ich erst mal vorhin. Hoffentlich wird er jetzt irgendwie noch unterbrochen. Und sehe ich hier schon fast schwarz. Nein, klar, man ist erster, aber man sollte schon gucken, dass man... Den... Zweit nicht unterschätzt. Was? Alter, dein Ernst? Ich dachte, ich kriege den. Okay, okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das sah jetzt gerade schlechter aus, als es im Endeffekt ist. Vielleicht kann ich sogar dadurch... ...nen viel größeren Vorsprung erhaschen. Oder auch nicht, weil jetzt habe ich meinen... ...Speed-Bonus eh wieder verwirkt. Okay, okay, mir geht's... ...mir geht's gut. Ich bin erst da. Nur der ist so nah bei mir dran, dass er wahrscheinlich echt... ...Windschatten kriegen könnte. Und... Ja, ja, geschafft. Und er fliegt mir auch entgegen. Da bin ich jetzt mal auf die Zeit gespannt. Ist, glaube ich, nicht so viel Zeitverstechen... ...zwischen unseren... ...Zier... ...Eingängen. Oh, Mann. Geraped. 2, 14, 07, 3, 2, 15, 3, 1, 5... ...ja, eine Sekunde. Ungefähr eine Sekunde. Boah, schade. Alter, war das krass. Äh. Das tut mir leid. Boah, hätte ich ihn nur getroffen. Der wäre so tot gewesen. Der wäre jetzt... ...tot gewesen, der Wichser. Komm. Äh. Ah, Mist. Boah. Alter, Falter. Er war's close. Kann ich hier durch? Nee. Shit. Was mache ich denn jetzt hier? Okay. Ich muss unbedingt... ...unbedingt da rein. Da geht es nicht. Dann ist es Teil, um da reinzukommen, da links. Okay. Und? Ja. Hoi. Ist da fehlgeschlagen. Und? Gibt es hier ein tolles Flugzeug? Ja. Sauber. Nice. Ich werde hier... ...ein paar Springsätze anbringen. Damit es da richtig platzt. Damit ich richtig fett die Bombe platzen lassen kann. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Das ist ein anderer Spieler, ne? Shit, ich kann auch nichts rauswerfen oder so. Fuck. Okay. Ich hab's ge... Schafft. Du hast Selbstmord begangen? Jetzt sag mir nicht, es liegt daran, dass... Nein. Jetzt sag mir nicht... ...die... ...die... ...Sprengsätze sind hochgegangen, weil... ...die irgendwie in der Nähe des... ...des... ...wie heißt das denn? Diese Räder von dem... ...von dem Flugzeug, die ich einfahren lassen hab. ...dass es daran lag. ...dass es irgendwie da drangekommen ist oder so. Oh, das wär ultra kacke. Der hat ein Flugzeug. Nein, der rettet den. Shit. Der ist noch da, oder? Ja, klar ist er da. Ich weiß noch nicht. Doch, das ist ein richtiges Flugzeug. Nein, ich treff den einfach nicht. Okay, ich muss, ich muss. Komm schon. Ja. Das reichte noch nicht mal. Ich hab keine Muni mehr. Shit. Aber es ist fast kaputt. Komm zurück. Komm zurück. Dreht er? Nee, da ist er. Doch. Nee. Ah, da dreht schon irgendwie. Das ist nur die Frage, ob er wieder wirklich zurückkommt. Das ist ultra schade, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, er kommt. Oh. Oh, 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 oh. Stirbt er? Ich bin tot. Nein. Hä, was ist da denn passiert? Und? Ja. Es spawnen einfach nochmal. Sekunde mal. Ich könnte aber eigentlich... Ich könnte eigentlich mal das Teil da zerstören. Shit. Ich hab keine... Minen mehr. Dann fahr ich das mal ganz kurz ein bisschen weg. So. Dann lassen wir hier die Bombe platzen. Dung, 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 dung. 9000 muss ich zahlen. Das zahle ich doch gerne. Und los geht's. Okay, okay. Oh Gott. Oh nein, das ist ja ultra schwer. Ah, die Räder kann man einfallen lassen. Sehr schön. Kann ich damit ballern? Nee. Das ist ja richtig sperrig. Boah, ist das sperrig. Jetzt ist die Frage. Lebt diese Mia noch? Ich hab jedenfalls nichts im Chat gesehen. Ah, ich werd die eh nicht finden. Vielleicht respawnt er ja auch nur, wenn... Der... Das Original kaputt ist. Aber nee, das glaub ich gar nicht. Ja! Die Mia hat ein 9000er Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Das ist aber sehr freundlich von dir. So, ich würde jetzt nochmal gerne probieren, da drauf zu landen. Ich glaube, das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Nee. Okay. Dann... Fliegen wir nochmal ein bisschen geradeaus. Und noch ein bisschen Spaß. Und... Sehr schön. Schon mal vom Gas runter gehen. Und hoffentlich krache ich da einfach wieder rein. So, wie wir das schon von mir kennen. Und... Ist halt die Frage. Hat der genug Dampf, um wieder nach oben zu kommen? Da, Riomantia. Man sollte... ...schön nach oben ziehen. Ist es überhaupt das Gebäude? Nee. Ist es überhaupt nicht, wo ich hin wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Das geht doch schneller, als man denkt. Mit dem... ... in die Luft gesprengt werden. Das ist traurig. So. Okay. Fahrwerk. Boah. Boah. Wie soll das denn gehen, Alter? Wie soll das denn gehen? Alter, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Alter. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ich hab's überlegt. Aber so ungefähr muss man das wahrscheinlich machen. Okay, drehen. Ah, ein bisschen zu viel, vielleicht. Okay. Ja, Mann. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und, 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 und. Oh, das war schon knapper. Das war schon knapper, glaube ich. Oh, oh, Gott. Alter, mach. Geh bitte wieder an. 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 Geh bitte. Aua. Ab durch die Mitte. Och, nee. Haben wir jetzt alle denselben Wagen? Also, ich hab auf jeden Fall den genommen, der am meisten Geschwindigkeit hat. Weil ich da echt böse Erfahrungen gemacht habe. Ah, mal gucken. Schauen wir doch einfach mal, was hier abgeht. In den Streets. Follow Satos. Okay, 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 okay. Schon okay. Oh, Mann. Ja, doch. Bin ich, bin ich gut durchgekommen? Der letzte ist wirklich weit, weit weg. Oh, shit. Ah, die Map kenne ich. Das bin ich schon mal gefahren. Ich glaube sogar in dem Video. Keine Ahnung. Ich kenne das auf jeden Fall. Boah, das ist so anders mit so einem Wagen. Bro. Und hier durch. Boah, ist alles andere als schnell. Schön. Schön, 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 wie ich hier fahre. Hä? Was machen denn die beiden anderen? Wo sind die denn? Hä? Also der eine hat überhaupt gar keine Chance mehr. Wirklich gar keine. Und der andere, ach, haben beide keine Chance. Neue schnellste Runde. Ah, guck mal. Darum sieht man auch, dass ich da schon mal gefahren bin. Bin mir zwei von drei. Boah. Was für ein Kackwagen. Das ist ziemlich anstrengend. Ich bin so ein Wagen. Ziemlich anstrengend ist das. Hier sollte man eigentlich ein bisschen bremsen. Das macht es, glaube ich, im Endeffekt doch schneller. Oh, ja. Oh, ja, nee. Oh, okay. Ich hoffe, euch gefallen die Tastaturgeräusche. Hä? Wo sind die denn? Alter, wie fahren die denn? Die sind jetzt direkt nebeneinander. Ich glaube, die... Was? Was machen die? Na, egal. Hauptsache, ich gewinne. Das ist doch die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Oder fahren die echt ernsthaft? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil die echt sehr, sehr weit hinten sind. Die müssen sich ja ständig gegenseitig anrammen. Und es war noch eine schnellere Runde, okay. Dann kann ich mal gucken, vielleicht schaffe ich noch eine schnellere. Okay, werde ich definitiv nicht schaffen, denn das ist mir vorher nicht passiert. Und wenn doch, dann muss ich etwas grundlegend besser gemacht haben. Na, egal. Da kann passieren, was ich will. Ich bin so oder so Erster. Das war schön. Das haben wir gut geschafft. Sehr souverän durchgekommen. Oh, tut mir leid. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte dich nicht töten. Tut mir leid. Ne, eine beste Runde weht das bestimmt nicht. Na, war aber trotzdem keine schlechte Runde. Ne, nicht wirklich. Gut, da bin ich jetzt noch gespannter als beim letzten Mal auf die Zeit, die die gebraucht haben, um da reinzukommen. Was habt ihr davon? Ich töte euch alle. 30 Sekunden. Boah. So, Leute, ich würde aber sagen, das war's für unser klein-Rude-GTR. Bewertet den Part. Denn dahin ist alles gut im Leben. Bis dann. Tschüss.